fame fighting gecancelt ken kaplan meldet sich erstmals wird der kampf stattfinden oder nicht am kommenden samstag findet das fame fighting statt bei dem ken kaplan eigentlich gegen seinen rivalen luigi birofio 24 antreten soll doch bevor der wettkampf überhaupt startet sorgte der verlobte von valentina doronina 23 für mächtig aufsehen kurz nachdem es zwischen gg und ken bei der offiziellen pressekonferenz eskaliert war sagte der unternehmer den kampf ab nun meldet sich ken erstmals nach dem vorfall zu wort auf seinem instagram account teilt der ehemalige das sommerhaus der stars teilnehmer ein statement gewisse sachen sind im hintergrund passiert und auch öffentlich die ich nicht akzeptieren kann man muss auf seine werte hören und nach diesen handeln ansonsten wird es schwierig bei so einem emotionalen thema richtig zu handeln so ken in den kommenden tagen soll eine weitere stellungnahme folgen ob der kampf dennoch stattfinden wird bleibt abzuwarten im schlimmsten fall wird ken dem veranstalter eine vertragsstrafe zahlen müssen noch mal für alle die es nicht verstanden haben oder denken wir blöffen der kampf ist zu 10.000 prozent von kens seite abgesagt wetterte valentina via instagram nachdem sie mit ihrem liebsten die pressekonferenz verlassen hatte laut der einstigen promi big brother kandidatin wurden sie und ken beleidigt und bedroht um dem diese den der der